Mein Name ist Michael Bauer. Unser Unternehmen Bauer AG steht vor allem für Bedachungen, Spenglerei und viele Solarstromanlagen. Ich bin seit knapp 20 Jahren im Unternehmen und der Begriff Dachfenster ist fast mit Velux Fenstern eins. Produkte der Velux sind fertig gedacht, sie sind einfach zum Einbauen, das ist für uns sehr wichtig. Aber sie sind im Kern auch wieder komplex, also sie sind wirklich gut. Wir haben gerne einen zuverlässigen Partner und Velux ist ein wertvoller Partner für unser Unternehmen. Es sind aber auch Beziehungen, die uns teilweise wichtig sind, also wir spüren eine gewisse Nähe und auch wenn wir mal eine Sorge haben, wissen wir, dass sie so geholfen wird. Das ist eine wertvolle, zuverlässige, gute Zusammenarbeit. Uns ist es wichtig, dass wir jemanden zuverlässig haben, der unser Produkt liefert, der unser Produkt herstellt. Bei Velux sehe ich noch ein bisschen tiefer drin und weiss, dass ihnen das auch wichtig ist. Darum bin ich überzeugt, dass wir in Zukunft Bestand haben. Das ist wichtig, ob wir in Zukunft Bestand haben, zum Beispiel Bestand haben, Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020